Du merkst, dass deine Haut spannt und dass sie eher schrumpig ist und dass sie jetzt gerade in der Herbst-Winterzeit mehr Komfort braucht? Dann habe ich das Hautschätzchen für dich. Schweizer Produkt, Artemis Med, ein absolutes Top-Produkt, wenn du mehr an Beruhigung und Reichhaltigkeit brauchst. Ich zeige dir das gleich schnell. Das ist ein Töpfchen, du nimmst eine Portion. Diese Menge reicht für Gesicht, Hals, Dekolleté. Es ist eine ganz tolle, feine Konsistenz, die der Haut ein schönes Wintermäntel bietet, aber ohne zu schwer zu wirken. Was die Gräume noch drin hat, ist ganz wichtig. Und zwar haben wir im Töpfchen Vitamin E, die in deiner Haut genau das gibt, was sie braucht, bei eher raueren Temperaturen, bei eher trockeniger Heizungsluft. Du hast drin Jojoba-Öl. Jojoba ist ein tolles, wertvolles Öl, das der Haut nicht ein zu schweres Gefühl gibt, aber doch schöne und mantelig und eine gute Reichhaltigkeit. Und, ganz ganz wichtig, du hast Allantoin drin. Allantoin ist der Wirkstoff, der beruhigend wirkt. Also, bei rötiger, trockeniger Haut, bei gereizter Hautzuständen ist das mega eine tolle Creme für Tag und Nacht. Und was absolut das Plus ist, sie ist so ausgelegt, dass sie Duftstoffreduziert ist, also wirklich für die empfindlichsten Hütchen funktioniert. Wenn du dein Hautschätzchen willst, hör deine Herbst-Winterzeit, kannst du auf das Knöpfchen drücken, kannst du auf meinen Webshop und dann kannst du es zu dir heimstellen. Ich wünsche dir viel Spass beim Creme. Das mache ich jetzt nämlich auch. Das mache ich jetzt nicht.